Ja hallo liebe Personalshop-Kunden, du bist wieder die Michi aus der Filiale RUM. Und zwar darf ich Ihnen heute ein ganz besonderes Produkt aus unserer Linie 25 Jahre Personalshop vorstellen. Und zwar haben wir für unsere Herren zu Hause eine Lamp-Nappa-Lederjacke. Diese Lederjacke gibt es für 125 Euro, also Lamp-Nappa und für 125 Euro für 25 Jahre Personalshop ist ein Wahnsinnspreis. Diese Jacke gibt es in zwei Farben, einmal in schwarz und einmal in braun. Das Tolle, bei dieser Jacke ist folgendes, dass wir eben eine Brusttasche haben. Wir haben zusätzlich zwei Innentaschen. Einmal rechts, ich hoffe Sie sehen das zu Hause, und einmal auf der linken Seite. Und dann hat die Jacke nach unten ein Bündchen, was irrsinnig fein ist, dass ich eben gerade einen Nierenschutz habe, oder wenn ich mir mal niedersitze, dass eben nicht ein Wind oder Kälte zerstört. Sie ist irrsinnig weich zu tragen, sie hat zusätzlich noch diese Schulterpatches, das heißt das im Fachjargon, das ist einfach diese abgenehmte Schulter oder dieser Schulterteil, ja, und die ist zusätzlich eben, weil sie eine Lamp-Nappa ist irrsinnig leicht zu tragen. Lamp-Nappa hat den Vorteil, wenn ich Ihnen das noch kurz sagen darf, es ist ein ganz geschmeidiges Leder, ja, und es passt sich den Körper an. Sie werden diese Jacke kaum auf der Haut spüren, weil sie eben so fein und weich ist. Wie gesagt, 125 Euro für 25 Jahre Personalshop in Braun und in Schwarz. Und ich hoffe, Sie haben eine Freude damit und bedanke mich recht herzlich.